Die größten Schmarotzer auf der Arbeitsstelle waren in unseren Reihen zu finden. Das heißt, tatsächlich ist in Mengen etwas Einmaliges passiert in der Geschichte des Anarchismus. Gerade die Arbeiter, aus welchen sie jetzt eine Avantgarde-Partei aufbauen wollten, fanden wie so oft ihren Weg nicht in die Partei. Denn diese Zeiten Anfang der 90er Jahre waren wirklich sehr, sehr düstere für linke Bewegung. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Gespenster gehen um in Europa. Gespenster einer längst vergangenen Bewegung. Ein Echo. Ein Schatten einer historischen Epoche. Vergangener Heldentaten, besiegt und besessen vom kapitalistischen Geist. Reanimiert und reterritorialisiert in sozialdemokratischen Zombies und traurigen radikalen Gespenstern. Und wer zu bestimmter Stunde der Zwischenzeit von Tag und Nacht an einem Platz in der Innenstadt schaut beim Schlendern oder in den Straßen aus dem Fenster, der sieht geisterhafte Prozessionen mit verstaubten Parolen, trübseligen Gesichtern und fragt sich, sind das diese Gespenster? Gespenster mit Nostalgie für etwas, das sie nie erlebt haben. Und Melancholie für eine Zukunft, die noch nicht tot ist, aber ihnen schon so scheint. Erinnerungen an Körper und Taten, die nicht ihre eigenen sind. Mit Hoffnung, Gedanken an die Zukunft, die unter den Trümmern zahlloser Versuche etwas Besseres zu errichten begraben sind. Zerbombt, zerschossen, zerfetzt, verbrannt von den Geschützen der internationalen Imperialisten und ihren faschistischen Höllenhunden. Gespenster, die sich manchmal nichts sehnlicher wünschen, als auf den Listen der staatlichen Geisterjäger zu landen, um den Beweis zu haben, ich lehre sie noch das Fürchten, ganz häufiger aber, als Attraktionen eingespannt werden, in die Geisterbahn dieses ertragreichen Rummels, durch Polizeikorridore aus Hünen mit Scheitelschnitt und staatlichen und stattlichem Fördergeld in berechenbare Bahnen gelingt. Immer zu bereit an den immer gleichen Stellen, 1. Mai, 8. März, Tag xx, den gewünschten Bürgerschreck zu spielen und für den nächsten Fahrgast, das nächste Wahljahr, wieder eingefahren zu werden. Und auch wir, wir alle kennen dieses Gefühl, ein Gespenst zu sein. Wenn wir eine Demonstration besuchen, die schwarz-rote Brille ablegen und unsere erste Euphorie, Teil einer Jugendbewegung zu sein, verflogen ist, dann fühlt es sich an, wie diesen Kinderfilm aus Kindertagen nach etlichen Jahren zu sehen, zu merken, die Magie ist verflogen, das jetzt nur das untote Überbleibsel ist damals, sehnsüchtig suchend nach dem verratenden Versprechen einer glorreichen Zukunft, die niemals war. Und so schreiten viele von uns, nach dem Versuch, ein wenig Poltergeist zu spielen, wieder in den allumschließenden Nebel des Kapitals. Atmen diesen formlosen Schrecken ein und lassen uns formen zu dem, was es in seinem unmenschlichen Willen will. So wandern wir auf den Wegen seiner wahren Ströme, den Blick nach vorne und nach hinten vom dichten, dicken Nebel verdeckt, ohne hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, ohne Vergangenheit, die uns zeigt, dass es Menschen gemacht, in dem selbst erschaffenen, ewigen Ende der Geschichte und der grauenvollen Gegenwart von jeder Hoffnung befreit. Denn die Hoffnung musste sterben, damit der Kapitalismus leben kann. Kann man im Angesicht dieses Grauens Gruselgeschichten erzählen? Warum von albtraumhaften Ereignissen erzählen, wenn der Alltag die größten Schrecken bereithält? Wenn der Blick in die Nachrichten das ganze Ausmaß in seinen konkreten Auswüchsen offenbart, dass der formlose Horror des Kapitals bewirkt? Gerade das gebündelte Grauen in Horrorfilmen Halloween oder der Fahrt in der Geisterbahn lässt den tatsächlichen Horror vergessen, entzaubert ihn ein wenig und kann uns neue Perspektiven auf ihn offenbaren. Daher wollen auch wir heute Geschichten über die erzählen, die bei der Suche nach einem Ausweg aus dem Labyrinth der Revolution in seinen grausigsten und düstersten Ecken landeten, bei dem Versuch, den Spuk zu beenden, Selbstattraktionen unseres Gruselkabinetts wurden. Setzt euch also mit uns zusammen ans Lagerfeuer vor dem Labyrinth. Statt nicht zu lange in die Dunkelheit seines Beginns, sonst starrt vielleicht etwas zurück und lauscht den schrecklichen sozialistischen Spukgeschichten in unserer 666. Folge. Wir begehen dieses Halloween mit einem über Tage Spezial. In diesem werden wir zwei unserer liebsten Gruselgeschichten für euch aufbereiten und wir wissen beide nur schemenhaft selber voneinander, was wir vorbereitet haben und kennen die andere Geschichte nicht. Und apropos Geschichte, wie jede Über-Tage-Folge, auch die 666. fängt es mit Geschichte an. Denn ich starte mit meiner Geschichte und diese ist eine Geschichte über die anarchistische Bewegung der Weimarer Zeit. Und um genau zu sein, eine Lokalgeschichte aus Dortmund. Und deswegen hier vielleicht auch nochmal speziell interessant, weil wir in den vergangenen Folgen auch zum Beispiel mal mit Andreas Müller über die Geschichte des Anarchismus in Dortmund gesprochen haben und auch an anderen Stellen immer mal wieder und da auch die Stärke betont haben. Sicherlich haben wir da auch ein paar Widersprüche ausgeführt, aber heute gucken wir uns dann wirklich mal den Abgrund dieser Lokalgeschichte an. Ich meine, so funktioniert die ja gut auch, Ronne. Man nimmt etwas, was einem eigentlich Freude bereitet, was wohlige Gefühle auslöst und dreht es dann auf den Kopf. Das war jetzt auch meine erste Assoziation, als du gesagt hast, Weimarer Zeit und Anarchismus. Da freut man sich ja eigentlich jedes Mal, weil das halt für viele Teile unserer Bewegung ein sehr unterbelichteter Teil der Geschichte ist, im Gegensatz zu den großen Errungenschaften des internationalen Anarchismus. Spoiler, du uns doch auch nochmal ganz kurz an, was du dann als zweite Geschichte haben wirst, damit ihr auch dranbleibt für deine Geschichte danach. Ja, bei mir geht es weg aus dem uns bekannten Dortmund, Deutschland ins immer fernere Großbritannien. Und wir sind da nicht in der Zeit zwischen den Weltkriegen, sondern in den wilden 70ern wird meine Geschichte stattfinden. Und es wird sich um eine wirklich, selbst für trotzkistische Kreise ungewohnte Wandlung einer Organisation handeln, die, ja, ich teaser es mal nur so weit an, ein Gefilde führt, in die sich Trotzkisten sonst noch nie politisch vorgewagt haben. Ja, meine Geschichte basiert zu 100% auf der Recherche und der Arbeit von dem geschätzten Andreas Müller. Diese ist beschrieben in seiner Broschüre, die im Syndikat A-Verlag herausgebracht wurde, Aufbruch in neue Zeiten. Wir einige von euch, wenn ihr die Folge mit Andreas Müller zur Geschichte des Anarchismus in Dortmund gehört habt, wissen, war der Anarchismus und Syndikalismus in Dortmund zumindest zeitweise eine richtige Massenbewegung. 20.000 Mitglieder auf der Höhe der Zeit. Und wir schauen heute mal tiefer in das Örtchen Mengede. Mengede war damals zu der Zeit auch gar nicht Teil von Dortmund, wurde dann erst später eingemeindet. Und dort war die anarchistische und syndikalistische Bewegung auch sehr gut aufgestellt. Dies allerdings, wenn man sich dann halt diese hohen Zahlen anhört, 20.000 nur in Dortmund und dann Mengede zählt ja zu dem Zeitpunkt, der gar noch nicht dazu, da muss man da schon erstmal ein bisschen genauer hingucken, weil das waren natürlich nicht alles überzeugte Syndikalisten, Anarchisten oder so, sondern viele hatten die entsprechenden Gedankenwelten und die entsprechenden Ansätze nur sehr, sehr vage überhaupt verstanden, verinnerlicht. Und oft standen auch ganz andere Gründe zu Buche, warum man sich entsprechenden Organisationen angeschlossen hat. Und so schreiben auch zu der Ortsgruppe in Mengede die Gebrüder Köhler aus Ewingen die Situation wie folgt. Der Geist der Ortsgruppe war alles andere, nur nicht syndikalistisch. Versuchte der Vorstand einmal Solidaritätsgelder abzusenden, dann war der Teufel egoismuslos. In der nächsten Mitgliederversammlung. An Aufklärung konnte nicht viel geleistet werden, da die ganze aufklärende und organisatorische Tätigkeit auf zwei bis drei Genossen allein ruhte, die aber alleine nicht imstande waren, 600 Mann aufzuklären und mit den Pflichten des Syndikalismus vertraut zu machen. Die Mitglieder hatten auch zum großen Teil kein Interesse daran und besuchten weder öffentliche noch Mitgliederversammlungen. Des Sonntagsmorgens konnte man sie aber in Scharen nach dem Herdenstall der Verdummungsanstalt Kirche laufen sehen. Dagegen waren sie bei Demonstrationen und Maifeiern nie zu sehen. Die meiste Überzeitarbeit wurde auf Zechen und Fabriken gerade von diesen auch Genossen geleistet. Die größten Schmarotzer auf der Arbeitsstelle waren in unseren Reihen zu finden. Das ist ja immer ein vernichtendes Urteil über eine Ortsgruppe. Ja, tatsächlich. Also das sind wirklich harte Worte. Georg Rabe, Kassierer und Metallarbeiter in Dortmund, argumentierte da auch in eine ähnliche Richtung, wenn er schrieb, dass die Organisation zwar stark an Mitgliedern zunähme, die geistige Klärung jedoch mit dem Wachstum der Mitgliederzahlen nicht gleich Schritt halte und ein großer Teil nur aus Opportunität und der niedrigen Beiträge wegen zu uns übergetreten sei. Jetzt im Vergleich dann zu anderen Gewerkschaften. Genau. Weil dann einfach die Kollegen halt auch da waren und es einfach eine große Organisation war und halt die Beiträge niedrig waren. Das ist auch ein Wettbewerbsvorteil. Man muss aber auch dazu sagen, dass in Mängede trotzdem halt eine Menge echt krasser Sachen gelaufen sind. In Dortmund war die anarchistische und syndikalistische Bewegung ja fast eine reine Arbeiterbewegung. Aber es gab in Mängede auch eine Handvoll Lehrer, die in der anarchistischen und syndikalistischen Bewegung aktiv waren. Und die haben dann auch tatsächlich Anfang 1921 versucht, eine freie Schule einzurichten, wo es eben explizit darum ging, ja eine nicht staatliche, nicht kirchliche Einrichtung für die ArbeiterInnenfamilien zu schaffen. Also das zeige ich jetzt einfach nur so als ein Beispiel, dass halt da wirklich auch über den Aufbau der Gewerkschaftsarbeit eine Menge, Menge passiert ist und eine Menge, Menge los war. Es gab dann in der Folge immer wieder innerhalb der Freien Arbeiterunion Deutschlands in Mängede, die ja die große syndikalistische Massenorganisation in Deutschland war, sehr viele Verirrungen und in der Folge auch sehr gruselige Verirrungen. Aber kommen wir zuerst zu den Anfängen vielleicht dieser Irrungen. Und zwar kam es immer wieder zu Abspaltungen aus der FAUD. So wurde sich dann als Freibund umbenannt von einem Teil der Abspaltung. Dort wurde eben abgelehnt, dass man halt so einen bürokratischen Apparat hat, also dass man halt Mitgliedsbücher hat, sich eben umbenannt, aber auch weiterhin noch nach freiheitlich-kommunistischen Grundsätzen auch organisiert. Daraus ist dann auch später unter anderem die Arbeiterbörse hervorgegangen, die auch versuchte 1921 ein breites Bündnis der verschiedenen sozialistischen Kräfte in Mängede herzustellen. Und man sieht auch daran, dass die SPD, die USPD, die KPD und die FAUD diesem Aufruf auch folgten und dort halt so ein entsprechendes Bündnis versuchten zu formen, sodass man daran sieht, dass auch diese Abspaltung aus der FAUD noch sehr viel Ansehen innerhalb der Arbeiterorganisation hatte. Es kam dann aber zu einem Zerfall von dieser entsprechenden Organisation und sie war von keiner großen Durchschlagskraft gezeichnet. Und das wird eben auch als eine Form von großer Erschütterung beschrieben für die beteiligten Arbeiter dieser Abspaltung. Und man führte dann unter dem Eindruck des Scheiterns dieser Einheitsbildung wieder ein Zurückgehen auf die FAUD-Kräfte. Und man ging wieder zurück in die FAUD und organisierte sich wieder stärker formell, sodass 1923 die Ortsgruppe der Anarchosyndikalisten wieder tausend Mitglieder hatte. Also man muss sich das dann so vorstellen, dass es dann diese Zeit gab, wo experimentiert wurde, wo sich abgespalten wurde und man dann aber irgendwann im Endeffekt mit diesem Ansatz von weniger formell organisieren und Arbeiterbörse und zusammenschließen der Kräfte dann gescheitert war und dann wieder zurückging. Ja, genau richtig. Und man kann halt auch an den Mitgliederzahlen auf der Zeche Adolf von Hansemann sehr, sehr gut sehen, wie stark die Syndikalisten der FAUD in Menge organisiert waren. So gab es 1922 die Hälfte der Stimmen für die Syndikalisten, sodass man acht Betriebsräte stellte. Und 1924 konnte man das Ergebnis sogar noch verbessern. Von insgesamt elf Betriebsräten stellte man nun acht. Und 1920 war sie mit 750 Stimmen und sechs von 15 Betriebsräten immer noch die stärkste Gewerkschaftsbewegung auf der Zeche. Also wo es dann auch zu dem Zeitpunkt auch in vielen anderen Ortschaften und Bezirken auch schon in Dortmund weit, weit schwächer die FAUD aufgestellt war. Und man kann dann auch tatsächlich davon ausgehen, dass 1923 diese Einheitsorganisation, von der ich gesprochen habe, dieser Versuch, dann weitestgehend in der FAUD aufging. Und hier kommen wir jetzt auch zu dem großen Abgrund, den ich beschrieben habe. Denn tatsächlich kommen wir jetzt zum Nationalsozialismus in Mengele. Denn wie ihr es euch schon an meine Einleitung denken könnt, gab es in Mengele eine traurige Entwicklung des Anarchosyndikalismus oder Teilen des Anarchosyndikalismus in diese Richtung. In der anarchistischen Zeitschrift Alarm wurde so geschrieben, In Mengele war vor einigen Jahren eine gute Bewegung. Die Entwicklung an diesem Ort ging mit Riesenschritten vom Syndikalismus zum Anarchismus. Theorie und Praxis erzeugen aber vielfach Irrungen. Ein Teil der ehemaligen Genossen, hauptsächlich Haferstroh und seine engeren Freunde, sind mit Sturmseile den Weg gegangen, den kein anständiger Arbeiter sonst zu gehen pflegt. In zwei bis drei Jahren hat es dieser brave Revolutionär vom Vorsitzenden der Syndikalisten, vom Wortführer der Anarchisten bis zum Hakenkreuzler gebracht, der bei Hitler zu Gast war. Das heißt, tatsächlich ist in Mengele etwas Einmaliges passiert in der Geschichte des Anarchismus. Führende Kader der anarchistischen Bewegung sind zu den Nationalsozialisten übergelaufen. Und das ist tatsächlich einmalig, weil es gab natürlich im gesamten deutschen Gebiet an der Basis einige, die wie aus allen Arbeiterorganisationen zu den Nationalsozialisten übergelaufen sind. Aber führende Leute, das gab es tatsächlich nur in Mengele. Das Interessante ist hierbei, die Quellenlage ist zwar sehr, sehr schlecht über diese ganze Geschichte, aber es wurde in den anarchistischen Zeitungen sehr offen darüber debattiert und darüber gesprochen. Das ist vielleicht ein bemerkenswerter Unterschied im Vergleich zu jetzt zum Beispiel der KPD oder Sozialdemokraten oder so, wo sowas dann gerne mal totgeschwiegen wurde. Dass sowas dann auch im größeren Maßstab passiert ist. Und hier wurde über die Situation wirklich sich offen auch ausgetauscht. Wenn das auch so einmalig war, muss das ja ein richtiger, richtiger Skandal gewesen sein. Ja, absolut. Und dementsprechend möchte ich euch auch einmal über die Gründung der NSDAP-Ortsgruppe berichten, die am 15. Oktober 1922 vonstatten ging. Am 15. Oktober 1922 war der denkwürdige Tag, an welchem die erste Ortsgruppe der NSDAP hier in Mengende ins Leben gerufen wurde. An diesem Tag versammelten sich beim Wirt Rheinbach an der Ammenstraße folgende Männer. Ich lese jetzt mal die Namen nicht vor, weil das eine längere Liste ist. Von diesen Vorkämpfern wurde die Ortsgruppe wohl die erste im Industriegebiet überhaupt gegründet. Einige von ihnen hatten sich bereits früher als Einzelmitglieder der Partei in München angeschlossen. Und von den genannten 14 Gründungsmitgliedern kamen mindestens acht aus der syndicalistischen Bewegung. Und es waren eben keine Mitläufer, wie ich gerade schon beschrieben habe, sondern vormals überzeugte Syndicalisten, die auch führende Positionen innerhalb der FOUD in Mengende und dem beschriebenen Freibund diese Abspaltung aus der FOUD inne hatten. Und hier möchte ich auch nochmal ein bisschen ausführlicher die Erfahrungen aus der Zeit von den dann frisch gebackenen Nationalsozialisten, die sie niedergeschrieben haben, aus ihrer Perspektive beleuchten, weil da gibt es ein interessantes Schriftstück zu. In dem brodelnden, kochenden Hexenkessel der Revolutionsmonate bildten sich immer neue Parteien und Grüppchen des Marxismus. SPD, Unabhängige, Spartakisten, Syndicalisten, Anarchisten und Individualisten. Und jede behauptete von sich, den Schlüssel zum wahren Marxismus zu besitzen, die einzig echten Jünger Karl Marx zu sein. Kann man jetzt zwar schon mal sehr gut in Frage stellen, natürlich. Das jetzt wahrscheinlich haben das die Anarchisten eigentlich nicht so sehr gedacht, weil da gab es ja auch schon oftmals eine Kritik, aber gut. Da wir aus tiefstem Herzen von der Idee besessen waren, es müsse sich einen Weg finden lassen, wie uns und dem deutschen Arbeiter geholfen werden könne, so haben wir uns mit heißem Herzen durch all diese neuen Programme, die wie Pilze aus dem Boden schießenden Parteien hindurchgearbeitet, um immer wieder feststellen zu müssen, dass auch hier keine Möglichkeit gegeben war, aus dem wirtschaftlichen und sozialen Elend herauszukommen. Die Illusion, dass die Lehre eines Karl Marx dem darbenden und verderbenden Volke das Heil bringen könne, verblasste immer mehr. Der Verlauf des Kaputsches gab unseren sozialistischen Überzeugungen den Todesstoß. Auch hier hatten wir noch einmal mit der Waffe in der Hand gekämpft, noch einmal unser Leben eingesetzt, den Ideen des Marxismus zum Siege zu verhelfen und die Wiederkehr reaktionärer Mächte zu verhindern. Da aber mussten wir erleben, wie die sogenannten Führer der proletarischen Front nach dem Zusammenbruch unseres Aufstands sich die Taschen mit Geld füllten und durch schleunige Flucht ihr wertvolles Leben in Sicherheit brachten, während sie uns, die wir wieder einmal die Kastanien aus dem Feuer geholt hatten, schmärlichem Stich ließen, verzweifelt, irre an unseren bisherigen Idealen, verbittert über den Verrat der Führer, bis ins Innerste zerrissen durch den Zusammenbruch alles dessen, was bisher Sinn und Zweck unseres Lebens gewesen war. Ergaben wir uns trotzdem nicht einer stumpfen Resignation. Dazu war der politische Kampf zu sehr in unserem innersten Wesen verwurzelt. Bald fanden sich daher wieder einige der alten Kämpfer zusammen, um aufs Neue, das schier unlösbare Problem in Angriff zu nehmen, wie wir uns und das Proletariat aus den Klauen des Kapitals befreien könnten. Dass es mit dem Marxismus nicht gehen würde, hatten wir restlos eingesehen. Denn das Verhalten der sogenannten Arbeiterführer und die Tatsache, dass die SPD und USPD sich in verräterischer Kompromisse mit dem internationalen Börsenkapital einließen, die ganze Art und Weise, wie sie immer wieder vor dem Kapitalismus kapitulierten und zuletzt selbst diesen Götzen anbeteten, hatten uns mit Ekel vor diesen Führern erfüllt. So machten wir denn auch endgültig einen Schlussstrich unter dieses Kapitel. Sozialistisch waren wir geblieben, aber wir hatten eingesehen, dass die Mittel des Marxismus grundfalsch waren. Das finde ich wirklich spannend, das mal aus dieser Perspektive jetzt so zu hören. Also wo ich das jetzt gehört habe, dachte ich mir auch bei so ein paar Stellen, das macht das irgendwo verständlich. Aber gleichzeitig, wenn man, das hört, wie du das jetzt vorgelesen hast, mit dem Kaputsch, wie sie darüber schreiben, dann scheint ja jetzt im Endeffekt ihre Losung dann gewesen zu sein. Beim nächsten Mal wollen wir auf der anderen Seite der Gewehre stehen. Ja, und das ist... Wir sind jetzt Faschisten geworden. Also für mich klingt auch vor allen Dingen durch dieses, wir haben halt verloren, wir haben versagt. Und auch wenn man sich dann überlegt, mit diesem, was ich ja auch natürlich nur angeschnitten habe, bei diesen vielen Fehlschlägen, diesen vielen Verirrungen und diesen Hin und Her, dass man es dann trotz auch einer gewissen Relevanz in der Arbeiterschaft eben nicht vollbracht hat, sehr grundsätzliche Veränderungen in der Gesellschaft zu erzeugen, das sind natürlich Niederschläge, die dann auch dazu führen, dass es zu Verirrungen kommt. Und es gab ja auch andere Anarchisten, das waren viel relevanter als jetzt, dass Leute zum Tenazübergang sind, aber die zum Beispiel Esoteriker geworden sind und so. Und das sind dann einfach so Auflösungserscheinungen von der Bewegung, die da sehr deutlich werden durch diesen Misserfolg. Ja, das ist wirklich, wirklich verrückt, weil ähnliche Sachen habe ich auch zu den Faschisten in Italien mal gelesen, wo auch ganz viele aus den sozialistischen Kämpfen, aus dem Syndikalismus dann gelaufen sind, weil sie halt von dem Militär niedergeschlagen wurden und gesagt haben, okay, wenn es so nicht geht, dann wollen wir beim nächsten Mal eben siegreich für die nationale soziale Sache sein. Das ist wirklich, wirklich verrückt, wie man das immer wieder, wie du es gesagt hast, bei solchen Auflösungserscheinungen, das solche großen Niederlagen sieht. Ich meine, man kann natürlich, da müsste man natürlich da tiefer reingehen in ein Verständnis, weil die Leute damals haben dann ja, das waren ja wirklich Kader und dann haben die ja auch, schreiben wir auch selber ja, okay, wir sind halt dem Sozialismus im Prinzip treu geblieben, nur halt dem Nationalsozialismus. Und die haben dann ja auch daran geglaubt, wahrscheinlich, dass man über diesen Weg vielleicht so eine sozialistische Idee auch verwirklichen kann. Ja, was daraus geworden ist, wissen wir alle. Interessant ist jetzt natürlich, wie hat sich das weiterentwickelt mit dieser von Syndikalisten sehr weit federführend mitgeprägten NSDAP-Gründung. Und da ist es tatsächlich so, dass bis 1925 öffentliche Auftritte dieser NSDAP scheitern. Und zwar am Protest und Widerstand der Rohrbevölkerung oder sie wurden von Vertretern der SPD, KPD und der anderen Gewerkschaften mit Gewalt verhindert. In den Fällen, in denen nationalsozialistische Veranstaltungen überhaupt begonnen werden konnten, wurden sie von politischen Gegnern gesprengt, nur ganz selten konnten sie bis zu Ende geführt werden. Völkisch-nationalistisch und nationalsozialistisch, das bedeutete für die Arbeiterparteien des Ruhrgebiets Kampf dieser Rechtsgruppen gegen Republik und Demokratie, Kaputsch, Mord an Erzberger und Rotenau, das war Militarismus und Reaktion. Das hieß außerdem Verbindung mit den Oberklassen, Widerstand gegen die sozialen Forderungen der Arbeiterschaft und gegen deren Vertreter der Gewerkschaften. Und da muss ich das dann auch mal vorstellen, dass mit der Gründung dieser NSDAP kam es ja auch zu einem offenen Bruch mit diesen ehemaligen Genossen und wo man halt, man wohnte ja wirklich Tür an Tür. Das waren ja eben nicht irgendwelche Leute aus reicheren Vierteln, sondern die Genossen, mit denen man so lange gekämpft hatte, so dass man alle Gemeinsamkeiten verlor, man beschimpfte und denunzierte sich, man verklagte sich auch gegenseitig bei staatlichen Behörden und ging eben auf allen möglichen Ebenen, die man sich nur vorstellen kann, gegeneinander vor. Und es gibt da eine Beschreibung von den sozialen Folgen für das Gefüge innerhalb der Arbeiterschaft, welcher innerhalb einer NS-Chronik zu finden ist. Eines Abends hatten wir den Geburtstag der Frau des Haferstroh benutzt, um unter dem Deckmantel einer Familienfeier zusammenzukommen und Pläne zu schmieden. Dabei waren wir von dem gegenüberwohnenden Polizeispitze Langos beobachtet worden. Bald erschienen auch prompt einige Polizeibeamte. Diese wurde jedoch davon überzeugt, dass es sich um eine einfache Familienfeier handelte. Ja, und das ist es im Prinzip. Also man kann halt noch dazu sagen, dass dieser NSDAP-Ortsverbund wohl extrem unfähig war und es zu übelsten Ausprägungen dort kam, wo die Leute auch selber, es war jetzt halt nicht, wie man sich das dann später mit der NSDAP vorstellt. Das war ja dann auch, bis auf in Bayern, ein sehr, sehr zersplitterter Haufen. Und man war von der NSDAP überhaupt erst mal froh, dass es irgendwas im Ruhrgebiet mal gab, wo man halt mal eine Ortsgruppe hatte. Es kam dann auch später noch ein, zwei, drei dazu. Aber das war ein wirklich wilder Haufen, wo immer wieder auch ausgetreten, wieder eingetreten wurde und auch da eher sich aneinander abgearbeitet wurde. Das dürfte sicherlich auch noch ein Grund sein, warum da nicht so viel passiert ist bis 1925 erst mal. Damit noch als Abschluss des Ganzen, dann kann man dem auch dann einen Deckel aufsetzen, noch eine Beschreibung von einem Zeugen aus einem Gerichtsverfahren gegen diese Gruppe, weil gegen die wurde auch Repression aufgefahren, vorlesen. Mir sind die Verhältnisse in Mängede ziemlich genau bekannt. Insbesondere weiß ich, dass in Mängede immer sehr viel getrunken worden ist. Es ist häufig vorgekommen, dass nach Sitzung oder Versammlung oder Geschäftsschluss die Amtsleiter der Ortsgruppe fast geschlossen in Gasthäuser ging und manchmal recht ausgiebig tranken. Jedenfalls wurden es häufig sehr lange Sitzungen. Mich hat das übel schockiert und ich hätte das nicht erwartet, weil ich war bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das eben von Andreas damals gehört habe, als er mir das so erzählt hat, war ich immer davon ausgegangen, dass zu einer bedeutsamen Ebene von eingefleischten Genossinnen das im Anarchismus in der Weimarer Zeit eben nicht passiert ist. Und ich finde es wieder nochmal wichtig, das einzuordnen, dass es eine absolute Randerscheinung war. Das finde ich genauso wichtig, wie dann auch sich das einzugestehen. Selbst die eingefleischten Genossen und die herausragendsten Kämpfer von unserer Bewegung können auch auf Grundlage von geschichtlich weitreichenden Ereignissen dem faschistischen Wahn einherfallen und wenn das mal nicht gruselig ist, dann weiß ich auch nicht. Weißt du, welcher Gedanke sich gerade so ein bisschen eingeschlichen hat, als ich hier während deiner Geschichte wirklich so erschaudert bin? Mengede in Dortmund war ja auch, als es noch richtige Wahlerfolge der lokalen Neonazi-Partei die Rechte gab, immer der Ort mit, wo die höchsten Wahlergebnisse eingefahren wurden. Ich glaube teilweise sogar bis zu 8% bei den Lokalwahlen und ich habe mich dann wirklich immer wieder gefragt, kann es sein, dass einzelne von diesen Kaderfamilien, dieser lokalen ex-anarchistischen dann NSDAP-Gruppe vielleicht den Geist weitergetragen haben und bis heute Menge daheim suchen? Möglich ist es, also ich weiß es nicht. Müsse ich nochmal Andreas fragen. Vielleicht hat er da genaueres Ahnenforschung betrieben oder so. Ja, vielleicht werden wir hier noch zur richtigen Geisterjäger heute. Ja, wie ich schon anfangs angeteasert habe, führt meine Geschichte uns jetzt in die 70er Jahre in Großbritannien. Auch auf die andere Seite des politischen Spektrums, nämlich hören wir jetzt eher von einem kommunistischen, marxistisch-leninistischen Schrecken. Es geht dabei um den Weg einer trotzkistischen Kleinstpartei, was ja eigentlich schon meistens gruselig genug ist, aber wir werden wirklich zu ungekannten Schrecken kommen. Es wird um das House of Lords gehen, Gründung der ersten Internetcafés in Großbritannien, Genozidleugnung und auch selbst die Kochbrüder werden noch vorkommen. Wir fangen die Geschichte mit etwas an, was einer trotzkistischen Partei absolut würdig ist, nämlich mit einer Spaltung, einer Spaltung, um genau zu sein. Jetzt machen wir einmal kurz so eine Parteien-Genealogie und zwar formte sich 1970 in der Revolutionary Communist Group. Das war eine marxistisch-leninistische Gruppe, die selber Produkt war eines Rauswurfes aus dem International Socialist, ist heute bekannt als Socialist Workers Party. Diese Revolutionary Communist Group war eben eine Fraktion unter Frank Fouredi. Der wird uns jetzt noch ein bisschen begleiten. Der ist besser bekannt unter seinem Kampfnamen Frank Richards. Andere Kader aus dieser Partei sagten über ihn eben, er organisierte eine Gruppe von Mitgliedern aus der Mittelschicht und wurde deren selbst ernannter Guru. Und er und seine Fraktion wurden eben aus der Gruppe geworfen und gründeten dann 1976 die Revolutionary Communist Tendency. Gründeten sich dann nochmal fünf Jahre später unter einem neuen originelleren Namen neu, nämlich der Revolutionary Communist Party. Damit sind wir auch bei der Gruppe, über die wir heute sprechen. Das ist ja schon ein sehr spannendes Organigramm, was du da innerhalb der kurzen Zeit vorgestellt hast. Das kann man ja dann so in etwa bei jeder trotzkristischen Gruppe so grob aufführen, irgendwie so wirren, umschlungenen Wege. Ja, genau, das ist immer schön verwirrend, aber wie du gesagt hast, ist es nicht unüblich und so müssen wir auch das Großbritannien der 70er Jahre da vorstellen. Das war tatsächlich eins, in dem es nicht nur eine wirklich sehr, sehr starke Gewerkschaftsbewegung gab, sondern es gab auch eine unfassbare Vielfältigkeit von Parteien und Organisationen, die noch weiter links als die reguläre Communist Party standen. Also wir hatten diverse anarchistische Gruppen, eine Besetzungsbewegung, diverse Befreiungsbewegungen, antifaschistische Organisationen und auch, und das ist ja in Großbritannien eine Besonderheit, eine sehr große Stärke von trotzkistischen Parteien. Das kennen wir ja immer mal wieder, dass sich auch Organisationen aus dem trotzkistischen Spektrum in Deutschland spalten und man fragt sich immer, was wurden da für große interne Sachen verhandelt und dann kann man doch zwischen den Zeilen rauslesen, dass es dann doch manchmal auf eine Spaltung innerhalb von Großbritannien zurückgeht. Aber kommen wir eben dann wieder zurück zu unserer Geschichte und da können wir jetzt auch fragen, was war denn der Grund für diese Spaltung? Was trieb jetzt Frank Furedi, der sich diese kleine Gruppe an Leuten da zusammengeschafft hatte, eigentlich an? Wichtiger Grund für die Spaltung war das Ablehnen der Zusammenarbeit mit der Communist Party of Great Britain. Das war eben die große kommunistische Partei. Diese wurde als stalinistisch kritisiert. Und die Zusammenarbeit mit denen in der Anti-Apartheid-Bewegung, die damals eben in Großbritannien sehr stark war, wurde als opportunistisch angesehen. Das liegt vermutlich auch so ein bisschen an eben den persönlichen Beweggründen von Frank Furedi. Der war nämlich nach eigener Aussage aufgrund seiner persönlichen Erfahrung stark angetrieben. Er war Sohn ungarischer Eltern, die den antistalinistischen Aufstand 56 in dem Land miterlebt haben. Er selber wurde auch von den Eltern mit zu Untergrundtreffen genommen oder mit in konspirative Buchläden. Und er war zur Zeit neun oder zehn Jahre alt. Aber für ihn selber hat ihn das sehr stark geprägt, wie er sagt. Und nach der Niederschlagung des Aufstandes sind dann seine Eltern eben nach Kanada emigriert, wovon er dann nach Großbritannien ist, dort an die Unis, wo die Trotzkisten besonders stark waren und dann eben den gerade genannten Weg mit den Parteien ging. Er selber sagt eben von sich, dass er immer so eine starke libertäre Einstellung hatte. Er wusste nicht genau, wie er die jetzt politisch ausformen wollte. Er ist dann eben beim Trotzkismus gelandet. Aber man muss auch dazu sagen, das, was die dann vertreten haben, ist wirklich kein klassischer, orthodoxer Trotzkismus, sondern es gab auch immer diese starken libertär-sozialistischen Einflüsse. Vor allem, wie wir später auch sehen werden, eine starke Tendenz dazu, einfach mal gegen das zu sein, was gerade populär in der Linken ist. Und erst mal hört man das jetzt und man denkt sich, okay, das klingt schon ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht gibt es ja sogar interessante Sachen. Jemand im trotzkistischen Spektrum, der sich in eine libertäre Richtung, eine sozialistische Richtung entwickelt, die vielleicht sogar näher an unseren Gedanken dran ist. Und bei ihm hat sich das dann auch nochmal eben verstärkt mit dem Prager Frühling 68 und dem Einmarsch des Warschauer Paktes. Ihr könnt das auch alles nochmal in seinen eigenen Worten nachlesen. Ich habe euch da einen Artikel aus dem Spiked-Magazin verlinkt, wo er eben über seinen eigenen Werdegang spricht. Die Revolutionary Communist Party unter seiner Führerschaft hatte am Anfang auf der einen Seite für den Trotzkismus sehr bekannte, aber auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, recht originelle Positionen und Strategien. Sie bauten, so wie wir das von Trotzkisten kennen, klassischerweise Vorfeldorganisationen auf. Sie wollten aber nicht mit den anderen etablierten Organisationen auf ihren Feldern zu eng zusammenarbeiten und kritisierten diese immer wieder sehr stark für die Staatsnähe, während sie gleichzeitig aber auch wieder zu der Einheit in den Bewegungen aufriefen. Die zwei Felder, die am stärksten von ihnen bespielt wurden, waren zum einen ein knallharter und kompromissloser Anti-Imperialismus und auf der anderen Seite eine ganz klare Ablehnung liberaler Politik, die den Staat mit einbezieht. Wie zeigte sich das dann? Beim Anti-Imperialismus gab es eine bedingungslose Solidarität mit allen Formen des republikanischen irischen Widerstandes. Was das alles für unterschiedliche Positionen mit einbezieht, könnt ihr auch nochmal in unserer Folge 91 zu den irischen Befreiungsbewegungen nachhören. Das schloss dann natürlich auch so Sachen mit ein wie Bombenanschläge auf Zivilisten, die aufgrund von ihrer Konfession Ziel dieser Terrorangriffe wurden. Zum anderen schlugen sie sich dann auch im Falklandkrieg auf die Seite von Argentinien und sagten, dass die Falklandinseln Argentinien gehören sollten. Wir wissen, wie der Krieg am Ende ausging. Großbritannien hat gewonnen und sind bis heute britisch. Und wie gesagt, beteiligten sie sich auch an der Anti-Apartheid-Bewegung, hatten da aber eine wiederum recht interessante Position, denn eins der Hauptkampfmittel international gesehen waren ja die Sanktionen, die gefordert wurden gegen Apartheid-Südafrika. Es war ja wirklich ein sehr isolierter Staat und er sollte mehr und mehr immer weiter international isoliert werden, um dann dafür zu sorgen, dass die rassistische Politik beendet wird und es zu einem demokratischen Einbeziehen der nicht-weißen Bevölkerung kommen sollte. Das ist aber die Sache, die RCP lehnte diese Sanktionen ganz klar ab. Sie machen das mit der Argumentation, dass die Staaten, die eigentlich diesen Apartheid-Staat mit aufgebaut haben, durch die Kolonisation dafür verantwortlich waren und die ihn anfangs unterstützt haben, können jetzt nicht uns die Mittel geben, um diesen zu bekämpfen. Und das führt uns auch zu unserem zweiten Punkt. Ich habe ja schon die Vorfeldorganisation angesprochen. Da ist beispielsweise eine sehr interessante, über die wir kurz sprechen können, die Workers Against Racism, die in den Arbeitervierteln aufgebaut wurde. Damals gab es mehrere ähnliche Organisationen, die Antirassismus, Antifaschismus kombiniert haben, weil es damals einen Erstarken der faschistischen Bewegung in Großbritannien gab und immer mehr Angriffe auf Nicht-Weiße. Hier haben sie auch wieder einen interessanten Zwischenweg gewählt, denn sie haben militante Aktionen gefordert und sie haben auch ja wirklich Selbstverteidigungsgruppen aufgebaut, wo Gewalt zur Selbstverteidigung das Mittel der Wahl war. Im gleichen Atemzug formulierten sie eine radikale Kritik an dem Canceln und dem Die-Platform von Faschisten und Rassisten. Zur gleichen Zeit war es auch so, dass es beispielsweise an Universitäten dann Reden von faschistischen Politikern gab oder nationalkonservativen Politikern und es ging dann auch darum, dass beispielsweise die National Front nicht mehr Flugblätter an Universitäten oder irgendwo anders verteilen sollte. Das sollte dann auch über staatliche oder lokale Interventionen bewirkt werden. Das lehnten sie halt knallhart ab und haben halt gesagt, dass... Wir wollen die selbst kaputt schlagen, wenn die ihre Fleider verteilt. Ja, tatsächlich. Wir wollen die selber... Das ist es, genau. Wir wollen sie selber kaputt schlagen. Wir wollen eben nicht, dass der Staat hier interveniert. Meinungsfreiheit muss halt hochgehalten werden, weil am Ende beißt uns das auch wieder am Arsch, wenn wir dem Staat jetzt hier die Mittel geben. Diese Kritik am Vertrauen auf den Staat und Kritik an die Platforming ist auch was, was uns die ganze Zeit eigentlich jetzt in dieser Partei begleiten wird. Mit dem Aufstand in Brixton, einem antirassistischen Aufstand gegen die Polizei, wo sie auch diese Haltung weiter sehr stark verfolgten, machten sie auch auf sich aufmerksam und durch ihre starke Präsenz an den Unis wurden sie auch über diese recht, sagen wir jetzt mal, markanten Positionen und Kontroversen sowie die ganzen Vorfeldorganisationen bekannt. Aber gleichzeitig ist diese Partei in den Jahrzehnten bis zu ihrem großen, schrecklichen Wandel 1991, wo wir noch zu kommen werden, eigentlich nie in der Lage gewesen, mehr als ein paar hundert Mitglieder zu gewinnen und blieb vergleichsweise klein. Also ich habe unterschiedliche Schätzungen dazu gehört, irgendwas zwischen 150 350 Mitglieder, was zu der Zeit jetzt auch nicht sonderlich viel war. Gerade die Arbeiter, aus welchen sie jetzt eine Avantgarde-Partei aufbauen wollten, fanden wie so oft ihren Weg nicht in die Partei. Wie bei so vielen anderen trotzkistischen Organisationen, wo die Hauptklientel eigentlich die Studenten an den Unis, an denen sie aktiv waren. Und das waren vor allem eher die Studenten an den guten Universitäten. Gleichzeitig wurden sie auch immer mehr als eine Sekte wahrgenommen. Nicht nur wegen den Erfahrungen vorheriger Kader mit der Arbeitsweise von Frank Ferretti, sondern auch wegen ihrer sehr strikten internen Organisation mit sehr, sehr hohen zeitlichen Verpflichtungen und einem intensiven Training, um überhaupt vom Umfeld in die immer tieferen und inneren Kreise der Partei aufgenommen zu werden. Da gibt es auch Mitglieder, die wirklich von Arbeitstagen von bis zu 14 Stunden sprechen, wo eigentlich das ganze Leben sich dann nur noch für die Partei abgespielt hat, außer wenn man einen guten Job bekommen hat, denn das wurde auch sehr gern gesehen, es wurde wirklich den Leuten eingebläut, dass sie in hohe Positionen kommen sollten, um möglichst hohe Finanzmittel für die Partei zu akquirieren. Es gibt ja mir tatsächlich echt Scientology-Vibes jetzt an dem Punkt. Tatsächlich ja, man muss sagen, sie selber leugnen vieles davon, aber es gibt unterschiedliche Erfahrungsberichte dazu und es gab auch Ermittlungen dagegen, aber vielleicht ist dieses ungefähre Bild gar nicht mal so falsch, was man jetzt zeichnen konnte. Ja, und auch wenn es hier und da, wie du jetzt auch schon angedeutet hast, so böse Omen gab und einem vielleicht so ein bisschen mulmig wurde, fängt der richtige Schrecken aber erst jetzt an. Denn diese Zeiten Anfang der 90er Jahre waren wirklich sehr, sehr düstere für linke Bewegung. Und die ACP erlebte da genau das, was so viele auf der ganzen Welt durchmachten. Die realsozialistischen Staaten brachen zusammen mit ihnen real existierende Systemalternativen. Tatsächlich wurde sich aus Kreisen der Partei gar nicht mal so traurig darüber geäußert, wo Redi selber sagt, er findet das gut, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Aber nichtsdestotrotz merkt man das bei vielen Organisationen und auch hier, dass, ja, die Leute auf einmal sehr alleine auf der Welt dastanden und vor allem auch es ein absoluter Sieg der kapitalistischen Staaten war und damit des Kapitals selbst. Gleichzeitig wurden die Gewerkschaften immer schwächer. Die großen Streikwellen in Großbritannien wurden am Ende des Tages auch vielfach zu Niederlagen. Und mit der aufkommenden Vereinzelung, der Globalisierung, wurde die Arbeiterklasse immer und immer mehr zersplittert. Die Menschen selber auch natürlich vereinzelter und viele vorher existierende Kollektivstrukturen und Nachbarschaften brachen auseinander. Ja, und zu allem Überfluss wurde auch noch eines ihrer Steckenpferde, nämlich die Solidarität mit dem irischen Republikanismus immer unbedeutender und weniger radikal. Schließlich dann durch den Waffenstillstand der IAA 1994 und den langsamen Weg zum Karlfreitagsabkommen. Ja, die ACP sah dann auch keine wirkliche Perspektive mehr für die militante Organisation der Arbeiter, ließ ihre Vorfeldorganisation unbedeutender werden und verkümmern und organisierte immer wenige Aktionen und Demonstrationen und fokussierte sich stattdessen auf ihr sowieso schon existentes Klientel, nämlich die Studenten. Und für die machte sie dann zugeschnittenere Aktionen, Diskussionen und gründete dann schließlich auch eine eigene Zeitschrift, nämlich Living Marxism. Das war am Anfang die Parteizeitschrift, aber wie wir sehen werden, wurde dann eigentlich immer mehr die Gruppe selbst. Und tatsächlich sind die Gründe ganz andere, aber die Entwicklung einer wirklich sehr aktiven, stark studentisch gesprägten Struktur hin zum Fokus auf eine Zeitschrift und Diskussionsveranstaltung erinnert mich auch ein wenig an den Wandel einer deutschen Struktur, nämlich der marxistischen Gruppen hin zu dem Gegenstandpunkt. Und ich meine auch, wenn die marxistischen Gruppen im Gegensatz zur ACP tausende Mitglieder hatten und der Gegenstandpunkt als Zeitschrift seinem inhaltlichen Profil treu geblieben ist, finde ich es doch sehr interessant, in diesem Umbruch der 90er da so Parallelen zu sehen. Naja, hoffen wir einfach, dass Peter Decker nicht den gleichen Weg einschließt, wie die Charaktere, die wir jetzt weiter betrachten werden. Denn im Verlauf von Living Marxism wird es jetzt nach und nach wirklich richtig merkwürdig. 1996 wurde dann die ACP, Revolutionary Communist Group, dann schließlich aufgelöst. Die ganzen ehemaligen Parteikader waren jetzt ganz und gar Living Marxism verschrieben. Und die Haupthaltung dieser Zeitschrift war am Anfang, dass mit dem Ende der Thatcher-Ära die Unterschiede zwischen New Labour, also dieser neuen, eigentlich eher konservativen Sozialdemokratie, ähnlich wie das, was wir in Deutschland auch mit Schröder kennen, und den Konservativen genauso wie rechts und links eigentlich immer bedeutungsloser wurden. Und der Hauptwiderspruch jetzt zwischen den Libertären und dem sich immer autoritärer formierenden Staat besteht. In dieser Zeit wurden auch staatliche Zugriffe anhand von Fragen der Kriminalität, des Auseinanderbrechens familiärer Strukturen oder Entspannung zwischen ethnischen Communities ausgeweitet. Es gab beispielsweise eine massive Ausweitung von Videoüberwachung in Großbritannien in dieser Zeit und auch der Kontrollstrukturen für Familien, sowas wie wir es auch vom Deutschen Jugendamt kennen. Ja, und Living Marxism sah hier dann eben ein Einfallstor für den kommenden Ausbau von Überwachung und Kontrolle. Gleichzeitig, und das ist ein anderer Teil von diesem Profil, wurden auch wieder recht spannende Positionen vertreten. Es gab nämlich große Hoffnung in die Zukunft der Technologie und man richtete sich auch gegen andere staatliche Regulierungen, nämlich gegen die von Biotechnologie, vor allem von Genforschung und genetischer Veränderung. Mit einer Reihe von Skandalen und einem immer weiter Hingehen des Hoffnungsvollen in die Technologie und einer immer libertäreren Haltung gab es dann auch ein Rebranding, so wie es vielleicht auch eine Berliner Werbeagentur empfehlen würde. Living Marxism wurde nämlich dann zu LM. Hier kommen wir jetzt auch in die Zeit von Recht fragt, also von selbst für ihre Verhältnisse sehr, sehr fragt für die Position. In der 85. Ausgabe wurde beispielsweise die Bezeichnung Genozid für den Massenmord in Ruanda abgelehnt, da dieser als eine moralische Rechtfertigung für eine internationale Intervention angesehen wurde. In ihren Ausgaben 108 und 119 machten sie sich bei Tierschützern und Tierbefreiern sehr, sehr beliebt, da die Kritik am Walfang als Kulturimperialismus gegen die skandinavischen Länder Japan und die indigenen Völker gesehen wurden. Sie dann schließlich auch die Fuchsjagd in England, die liebste Freizeitbeschäftigung der Aristokraten, verteidigt wurde, mit der Begründung, dass sie einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Mega random, warum äußern die sich überhaupt dazu? Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen gesagt, es zieht sich die ganze Zeit so durch, dass diese Gruppe scheinbar als Strategie hatte, einfach mal dagegen zu sein und zu provozieren. Für den Untergang dieses Magazins sorgte dann aber ein anderer Artikel und das ist der aus der 97. Ausgabe. Das ist vielleicht auch das, wo für die Leute, die diese Gruppe kennen, sie eigentlich am berühmtesten durch wurde. Und zwar der Artikel The Picture That Fooled the World in der 97. Ausgabe handelt von einem recht bekannten Foto aus dem Genozid an den Bosniaken während der Jugoslawien-Kriege und zeigt eben bosniakische Männer hinter dem Maschendraht des Gefangenenlagers im Norden Bosniens nahe Priedor. Der Journalist Dichmann aus Deutschland, der eben dieses Foto geschossen hatte, der hatte behauptet, der Maschendraht war gar nicht um diese ausgemergelten bosniakischen Männer, sondern der Maschendraht war um die Reporter, die das Foto geschossen haben. Ich kann nach dem, was ich jetzt gelesen habe, nicht klar nachweisen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich möchte vielleicht an der Stelle darauf hinweisen, dass dieser Dichmann, der diesen Artikel bei Living Marxism geschrieben hat, Kontakte zu serbisch- bosnischen Paramilitärs hat, die selber Kriegsverbrechen begangen haben im Bosnienkrieg und es aber sehr gut nachgewiesen ist, dass dieses Lager ein mörderisches Gefängnis war, in dem die Gefangenen misshandelt und umgebracht wurden. Dementsprechend mir das doch sehr stark scheint, als ging es diesem Magazin darum, die Weste Serbiens reinzuwaschen und den Genozid zu leugnen. Das war auch die Meinung vieler anderer Medienmagazine zu dieser Zeit. LM warf eben ja in diesem Artikel dann einem britischen Sender eine Fehldarstellung vor, weil sie dieses Foto verwendet haben. Das führte dann zu einem sehr, sehr langen Verfahren und schließlich zu einer zusammengerechneten Geldstrafe von 375.000 Pfund. Das besiegelte dann logischerweise auch das Ende dieses Magazins im März 2000 nach 129 Ausgaben. Ihr könnt übrigens alle diese Artikel inklusive auch der letzten Ausgabe online nachlesen. Das habe ich euch auch in die Infobox gepackt. Mit dem Ende von Living Marxism kommen wir jetzt in die Zeit, in der eigentlich die Position dieser ehemals trotzkistischen Gruppe komplett freidrehen. Aus dem Restbestand, aus den Überbleibseln dieses Magazines, haltet euch jetzt fest, wurde dann von ehemaligen Mitgliedern das erste britische Internet Café Siberia gegründet. Der Libertäre Think Tank Institute of Ideas, wo sie dann auch so Demokratie und freie Meinungsfestivals auf Unis abgehalten haben und Diskussionen zu allen möglichen Positionen. Du meinst jetzt aber Libertär im Sinne von so anarcho-kapitalistischen Anführungsstrichen. So kapitalistisch und nicht anarchistisch-libertär. Nee, nee, schon rechtslibertär, wobei es ist ehrlich gesagt recht skurril und an den Punkten noch gar nicht so klar festzumachen, was jetzt Libertär alles für diese Leute heißt. Aber es ist auf jeden Fall sehr klar, dass Libertär erstmal gegen den Staat für sie heißt. Freie Meinungsäußerung. Und okay, ich würde schon sagen, eine sehr, sehr starke Tendenz in so eine anarcho-kapitalistische Richtung. Es wurde dann eben auch von diesen Leuten der Nachfolger von Living Marxism gegründet, nämlich Spiked, ein Magazin, das es bis heute gibt und das tatsächlich mit dem Online-Auftritt recht populär in Großbritannien auch ist. Und das wurde dann mitfinanziert von unseren liebsten internationalen Milliardärsbösewichten, nämlich den Kochbrüdern, den Eigentümern von Koch Industries, einem der notorischsten und einflussreichsten Öl- und Chemiekonzerne der Welt. Von denen haben sie dann 300.000 Dollar bekommen. Gleichzeitig wurde auch noch eine IT-Firma gegründet, die am Anfang in Großbritannien auch tatsächlich sehr, sehr viele Services gestellt hat. Es ist wirklich unfassbar vieles mehr, was ich jetzt nicht alles nennen kann, was mit etwas Recherche offenbart, dass teilweise oder ganz bei den Gründungsmitgliedern auf ehemalige Revolutionary Communist Party Kader zurückzuführen ist. Was soll uns das jetzt lernen? In dem Sinne, dass wir halt, wenn wir Sozialismus hintonsten lassen, können wir alle erfolgreiche Geschäftsmänner werden durch unsere hervorragende Organisierungserkenntnisse, die wir innerhalb des revolutionären Kampfes errungen haben. Tatsächlich würde ich sagen, ja, und ich würde auch sagen, dass das was ist, was die Leute selber auch so sagen. Also du bist damit eigentlich an der Wahrheit oder der Moral von dem Ganzen recht nah dran. Denn was sich in diesem, sagen wir mal jetzt eher Netzwerk beibehalten wurde, neben dem, dass man einfach immer offiziellen staatlichen Positionen widersprochen hat und erstmal einfach die Gegenposition angenommen hat, um Kontroversen zu erzeugen, man bei den Leuten schon merkt, dass sie sich ein gewissermaßen marxistisches Framework von ökonomischer Analyse beibehalten haben. Sie damit sicherlich auch hier und da mal interessante Analysen liefern konnten. Als zweites es eigentlich eine kontinuierliche, weiter bestehende leninistische Organisierungsform gab, eine gegenseitige Unterstützung der ehemaligen Kader und man eigentlich das trotzkistische strategische Steckenpferd beibehalten hat, nämlich den Interismus als Strategie. Man hat nämlich weiterhin aus diesem Netzwerk eigentlich koordiniert, versucht, Einfluss in einflussreichen staatlichen und nicht-staatlichen Posten zu gewinnen. Diese Politik des Interismus führte sie dann schließlich auch in die Conservative Party, also die Tories und dort wurden sie dann vor allem im euroskeptischen Flügel sehr stark, wurden starke Unterstützer der Brexit-Kampagne. Es gab auch einzelne Leute, die dann auch zu UKIP gegangen sind und das beeinflusst haben, aber tatsächlich sagt man denen hier auch nach, dass sie einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Stärkung von dieser Pro-Brexit Fraktion in der Conservative Party hatten. Und auch personell gibt es da wirklich sehr spannende Verflechtungen. Wir haben einmal Claire Fox, die 2020 auch ehemalige RCP-Kader auf Nominierung von Boris Johnson Mitglied im House of Lords wurde. Wer wissen will, wie das House of Lords funktioniert, kann da auch nochmal in unsere Folge zu Monarchismus reinhören, aber natürlich sehr spannend, wie eine ehemalige Kommunistin dann Libertäre Mitglied in der Parlamentarischen Kammer, die feudaler Überbleibsel ist, wurde. Boris Johnson ist auch ein gutes Stichwort, denn Monira Mirsa, auch ehemaliger RCP-Kader, war als wichtige Mitarbeiterin Boris Johnsons, bestens vernetzt in der konservativen Partei, dies ihrerseits mit Dougie Smith verheiratet, einem angeblich extrem wichtigen Funktionär der konservativen Partei, der im Hintergrund viel mit Nominierung und Geschacher arbeitet, so jemanden, den man auch Kingmaker nennen würde. Und die Liste könnte man hier wirklich ähnlich wie bei den Unternehmensgründungen oder bei dem Organisationsaufbau ewig weiterführen, auch da gibt es bis in die höchsten Ränge der politischen Macht von Großbritannien Vernetzungen. Und an dem Punkt sind wir auch eigentlich dann bei dem Ende der politischen Weiterentwicklung der Position angelangt, denn hier wurden sehr viele Mitglieder eigentlich klar rechtslibertär, man setzt sich für eine Deregulierung von eigentlich allen möglichen Branchen ein, beispielsweise gibt es auch immer mal wieder Spenden von Tabakkonzernen, man ist pro Kernkraft, weiterhin pro genetische Weiterentwicklung, aber vertritt auch immer wieder interessante Positionen wie weiterhin vereinzelt die Forderung nach offenen Grenzen, aber dann verbunden mit einer Kampagne für den Brexit, also auch teilweise sehr wild und gleichzeitig gibt es mit dem Hauptkader Frank-Fu-Ridi auch wieder so eine Hinwendung zu einem Bezug auf die Nation und nationale Identität als mögliche Mobilisierungskraft gegen die herrschende Elite. Ja, wie du schon mit der Moral meintest, die uns das jetzt mitbringen kann als Revolutionäre, was wir alles erreichen können, wenn wir unsere politischen Skills verwenden mit etwas libertärem Unternehmertum, so kann man vielleicht am Ende auch nochmal sagen, was neben dem offensichtlich politischen Wandel von Trotzkismus zu libertärem Pro-Kapitalismus natürlich besonders ist, dass es diese Entwicklung von einzelnen Personen von der radikalen Linken zur rechten Position ja immer wieder gibt. Das ist ja erstmal nichts Unübliches. Aber so wie es bei dir an so einem großen Scheideweg der Geschichte besonders war, dass wirklich eine ganze anarchistische Gruppe zu den Faschisten übergelaufen war, ist es hier auch besonders, dass wir eine marxistisch- leninistische Organisation haben, die wirklich geschlossen und mit einem Beibehalten der alten Strukturen sich zur rechten Position und zu einem festen Netzwerk an Unternehmensgründungen gewandelt hat. Jetzt seien mal so Staatsparteien von realsozialistischen Ländern ausgenommen. Da kann man ja nur sagen, wenn man mit dem gleichen Erfolg revolutionäre Politik machen würde, wie diese Ex- Trotzisten jetzt ihre Fäden in der etablierten Politik und im Unternehmertum in Großbritannien spinnen, dann wäre da einiges zu holen. Definitiv. Aber vielleicht als ein letzter kleiner Schrecken, den man euch jetzt noch mitgeben kann, am Ende unserer Geschichte, muss man auch sagen, dass, wie wir gesehen haben, diese Verirrung und wirklich wahnsinnigen Abgründe, die wir jetzt auch bei der ACP gesehen haben, gar nicht so unüblich sind für diese Zeit der großen Umbrüche und der großen Niederlagen der Arbeiterbewegung. Ist ja gar nicht so anders als das, was wir auch mit den Antideutschen in Deutschland gesehen haben. Oder beispielsweise auch des immer rechteren Accelerationismus in Großbritannien, der zur gleichen Zeit auskam. Macht sicherlich auch Sinn, dass gerade viele aus dem accelerationistischen Lager das auch als man oben für ihre Vorstellung von einer zukünftigen Entwicklung gesehen haben, eine kommunistische Partei, die die ersten Internet-Cafés in Großbritannien gründet. Das ist ja schon fast wie so ein feuchter Cyberpunk-Fiebertraum. Aber vielleicht kann man da auch dann noch eine kleine Verschwörungstheorie mitgeben, die in Großbritannien die Runde macht und das ist nämlich das und ich finde, an dem Punkt kann man tatsächlich sagen, dass wenn man sich so ein bisschen durch diese offenen journalistischen Wikis und so durchguckt und es gibt auch so Lobbyismus-Wikis, die ich dafür genutzt habe, um so ein bisschen Recherche dazu zu betreiben. Das lässt einen auch tatsächlich wie in so einer Lovecraft-Geschichte so ein bisschen wahnsinnig zurück, weil man überall diese Verbindung auf einmal sieht. Die Verschwörung ist auch, dass tatsächlich dieses RCP Living Marxism Spike-Netzwerk inzwischen eines der einflussreichsten in den konservativen Kreisen von Großbritannien sein soll. Das finde ich wäre auch eigentlich irgendwo das perfekte zynische Ende dieser Geschichte. Der Weg einer trotzkistischen Partei zu einem rechtslibertären kultischen Netzwerk, welcher ihre alten Methoden der Unterwanderung beibehält und ein engmaschiges Kader-Netzwerk nutzt, um den kapitalistischen kosmischen Horror gänzlich zu entfesseln. Oder, um meine eigene Verschwörungstheorie daran anschließen zu lassen, den Sozialismus einzuführen, wenn sie über diesen Weg genug Relevanz erreicht haben. Wer weiß das schon. Bleiben sie vielleicht doch einfach treu und wählen eine andere Strategie. Sagen die chinesischen Kommunisten doch auch. Vielleicht ist es sogar auch einfach die Verelendung. Es ist ein tatsächlich accelerationistisches Projekt. Einfach nur, wenn es schlimm genug wird, dann wird die Wut der Masse entfesselt. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen gegruselt habt, aber im positiven Sinne, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet heute mit diesem kleinen Extra, auch wenn es tiefe Abgründe sind und speziell alle anachistischen Hörenden und alle toxistischen Hörenden heute eines Tiefschlages ihre eigene Geschichte bereichert sind, hätten wir jetzt auch zu jedem anderen sozialistischen Spektrum natürlich eine Geschichte erzählen können. Weil in beiden Geschichten haben wir gesehen, dass es absolute Tiefpunkte in der Geschichte des Sozialismus waren, die aus der Niederlage heraus entstanden sind. Und auch wenn diese beiden Verirrungen sehr, sehr unterschiedlich verlaufen sind, geben sie doch, denke ich, einiges an Lehren für uns preis. Und das liegt ja alles in der Vergangenheit, ihr wisst ja, im Jetzt und in der Zukunft machen wir das alle zusammen alles viel, viel besser und klarer an unseren Ideen und unseren Vorstellungen. Und in dem Sinne hören wir uns sehr bald einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, dann unterstütze uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Übertage Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch. Welt обнаруж in Dam in L down pointing Untertitelung des ZDF, 2020